Hallo Freunde von Dr.Bott. Ich bin mal wieder zu Gast beim Gettemaster und wir starten zu unserer ersten Barschtour mit seinem supergeilen Gummiboot. Zeigt mal rum, da ist er für euch. Sag bestimmt mal Hallo. Hallo. Ja, wir freuen uns, es geht sich um zu uns. Ich hab den ersten Tisch schon gesehen. Dann schauen wir mal, was passiert. Alles Gute, bis bald, euer Dr.Bott.